Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Shinobi Live mit Ben. Moin Leute. Moin Moin. Was machen wir in dem Video eigentlich Ben? Ein bisschen leveln, also ich halt. Ja. Bosskämpfe. Ja, schau mal halt mal. Bei deinem Level weiß ich jetzt nicht. Wie ich vorher 50 mal gestorben bin, gefühlt. Kannst du um... Nee, aber mach die Kampfquests, Ben. Ja, warte, ich muss jetzt Unkraut pflücken. Okay, Leute. Wir sehen uns wieder, wenn Ben ein anständiges Level hat. Okay, Leute. Jetzt sind wir wieder da. Ben ist jetzt Level 96. Okay, Ben. Jetzt musst du auf die Schriftrolle drücken. Und dann die Mission annehmen. Ja, und 16 Jahre bin ich alt. Ja, geil. Das juckt aber niemanden. Die akzeptieren. Ich mach meine Modes an. Oh, der ist da hinten. Ja, der ist da hinten. Vielleicht bekommst du ja seinen Spirit. Wäre cool. Kannst du auf Wasser laufen schnell oder was? Nein, ich kann einfach nur schnell laufen. Ich kann ja nur auf Wasser schnell laufen. Das ist ja vier Schwänze schnell. Was? Vier Schwänze gelten. Ja, das ist der Happy Spirit. Geht ja voll schnell tot. Und ich bin nur mehr dabei gestorben. Ich mach dem sogar Schaden. Aber halt nicht viel. Ja, den ganzen Damage mach halt ich. Jetzt geht er auf dich. Oha, der hat ein 8-Pack. Diga. Tschüss. Ein 8-Pack. Ein 8-Pack. Diga, der schreißt Lava auf meinen Kopf. Ich hab irgendwie TNT gemacht mit meinem Schwanz. Als M2-Schweinzlinger. Jetzt liegt er, jetzt liegt er. Jetzt können wir richtig draufballern. Ich lad so lange meinen Ski auf. Und jetzt Doppelgänger. Oh, ich hab ihn schon fast 300 Schaden gemacht. Junge. Oh, jetzt steht er wieder. Jetzt steht er wieder. Mann. Wieso ist er schon so schnell? Wieso muss er denn so schnell? Pass auf, ich bin nur nicht am Leben. Nicht da schon Kilsch und dann alles abstaubsch irgendwie. Nein. Du bekommst ja das. Da hinten ist der 10-Schwänzige. Da hinten. Nein, der 9-Schwänzige. Der 9. 9. Aber das fisch zu schwer für uns. Und die Leute werden uns anders den Kill wegmachen. Weil die wollen einfach nicht, dass andere Leute... Lasst uns Squat machen, Ben. Dass wir uns nimmer hitten können. Dann los. Er ist ein Gezucker-Schwarz, Level 38. Okay. Und Saraya Akuma kann ich, glaube, jetzt ausrüsten. Weil ich bin da Level 53. Okay. Ich bin unter ihm drunter. Und ich hab mich eingesperrt. Der ist gleich tot. Jetzt ist er tot, oder? Nee, noch nicht. Ich mach jetzt übelst wenig Damage. Jetzt ist er tot. Safe. Oh Mann, kann ich meinen Move nicht machen. So, jetzt. Bats. Jetzt haben wir ihn. Ah, da ist sie. Nein, das ist egal. Was bist du die ganze von der Schriftrolle? Du kriegst jetzt dann schon die Level. Wow, wow, wow. Du kriegst anders viele jetzt. 107. 116. Ja, lass jetzt Squat machen, dass wir beide XP bekommen. Warte mal kurz. Also, ich. Ähm. Ähm. Ich mach kurz. Mutlinie. Nein. Squat. Ja, ich hab ihn jetzt ausgerüstet. Aber ich brauch. 520G, Level 200 und 500K Rio. Für die, für die Power. Ja, und. Komm jetzt, mach Squat mit mir. Und 1000 Vierten. Komm jetzt. Du musst den Checkers eingeben. Ja, was? Invite. Ähm. Only. Invite. Und du musst jetzt im Chat, den Chat öffnest du, indem du Slash eingibst. Und du musst jetzt Ausrufezeichen, A, C, C und dann, ähm, äh, ähm, Glo. Halt die ersten drei Buchstaben von meinem Namen. Ausrufezeichen. A, C, C. A, C, C. Und jetzt dann, dann Leerzeichen und dann die ersten drei Buchstaben von meinem Namen. Net groß. Kleinschreiben. Warte. Hier. Dann klein. A, C, C. Glo. Ich glaube, ich habe Squat aber falsch geschrieben. Ja. Ja, okay, Leute. Ich sehe euch wieder, wenn wir das geschafft haben. Hinstellen. Okay, Leute. Wir haben es geschafft, aber da kämpft jetzt jemand anderes schon wegen den. Okay, Ben, mach mal einfach mit. Wir kämpfen einfach mit. Der rennt da weg, da Ben. Ich lade meine Modes noch auf. Okay, mit der Hilfe vom anderen. Wir machen ihn fertig. Okay, bin tot. Ich bin am Verhungern. Was für am Verhungern? Es gibt hier keine Ahnung. Später dran. Du bist am Verhungern. Ist, ist Paramen oder so. Ist Paramen oder so. Tiger, what the fuck? Das habe ich noch nie bekommen. Bist am Verhungern, brah. Deswegen konnte ich, glaube ich, nichts essen. Weil ich voll war. Weil du denn Bauch voll geharrt haben? Hab'n's da tat. Der Zucker schwarz habe ich jetzt auch Level 50. 51. Ich spame hier anders, krass, meine Moves. Ja. Mich hat's anders wegfetzt. Okay. Der ist gleich tot, der ist gleich tot. Dann musst du den Loot abstauben. Da kommt immer so eine Schriftrolle. Sonst sagst du immer, die juckt keinen. Nein, da kommt eine Special-Schriftrolle. Nicht die normale, die der Boss droppt. Die ist komplett nutzlos. Ist der schon tot? Da kann man nichts anstellen, Ben. Ist der schon tot? Ja, ist er. Wo warst denn du die ganze Zeit? Ich war da hinten tot. Okay, der sponnt den Neunschwänzigen. Lass beim Neunschwänzigen mitkämpfen. Lass der hinten mitkämpfen. Da kommt nochmal jemand. Wer ist der beste Boss? Wie, weiß ich doch nicht. Wie Boss? Ja, der Stärkstelle halt. Ein Event-Boss auf jeden Fall. Irgendeiner. Ich weiß nicht. Ich habe nicht einmal einen Schaden gemacht. Und mich hat schon wieder bis zum Dreischwänzigen, Vierschwänzigen Hinterkau, Digga. Junge, wie geht das? Wie funktioniert sowas? Keine Ahnung. Junge, da soll man sterben, oder? Und Leute, checkt meinen Bruder ab. Er heißt einfach Lacka, ja. War halt auch noch nicht so gut in YouTube. Aber, ja, könnt ihr mal abchecken, abonnieren und ein Like da lassen. Yes, sir. Dann würde er sich freuen. Ja. Und hier auf meinem Channel sollt ihr ja auch liken und abonnieren. Ja. Beste. In Fall. Verprügelt den Abo-Button. Ja. Ihr sollt mit der Sniper auf den Abo-Button schießen. Ja, Ben, den verkloppen wir, den Fuchs. Korama. Wir verkloppen Korama. Ich bin gerade voll gut. Ich bekomme gar keinen Schaden. Weil der dich halt auch nicht angreift. Aber ich mache ihn trotzdem schon 500 Schaden. 500? Okay, jetzt bin ich. Halt 500 insgesamt habe ich gemacht. Junge. Weiß ja nicht. Du hast auch nicht so viel Leben, oder? Der ist tot. Der Boss. Und jetzt lass wieder rüber zum anderen. Komm mit. Jetzt nimmt da einer. Hey. Der killt dich. Die killen dich alle, weil du dich da einmischt. Wenn du dich einmal bei ihrem Boss weit einmischt, die killen dich immer alle. Das mache ich auch immer. Die haben den wieder gespawnt. Digga, der hat so einen Riesenfuchs da. Nee, das ist nicht der Fuchs, der gespawnt wurde. Das ist ein Spieler. Okay. Weil wenn ich jetzt die Quest annehme, Ben, dann nimmst du die auch an. Warte, ich nehme sie gleich an, okay? Bro, ich bin näher dran. Ich nehme sie an. Ich will sie aber annehmen. Ja. Dann nimmst du die automatisch an, weil wir im Squat sind. Da. Er ist gespawnt. Wo ist er? Da. Okay, Leute. Ich sehe euch nach dem Boss. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Der hat nichts gedroppt. Der hat nichts gedroppt. Das ist eine Schriftrolle. Nein, das ist aber keine richtige Schriftrolle. Die spawnen da oben. Ich guck mal, auf welches Level ich mein Maus-Spirit hab. Hm, wo ist es? Ich bin ein anders krasses Level, hä? Ich level üblich krass. Die 152 von 116. Okay, Ben, ich will dir jetzt was zeigen. Was? Was witziges. Das ist ehrlich witzig. Die Zuschauer müssen es aussehen. Die sehen es ja schon. Jetzt Augen aufmachen. Shit. Ben, guck. Ich chille mit der Crew, Digga. Ich bin fresher als New, Digga. Hey, Digga. Deine Angst. Wie das ausguckt. Was bist du? Bist du super oder was? Das ist im Sechspfade des Pains. Bin fresher. Einfach ein paar Asiaten. Nee, Digga. Wer ist da ganz hinten, der wohl keinen Kopf mehr hat? Das ist Larry. Der da hinten, der ganz hinten, das ist Larry. Okay. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Lasst's...